Servus, ich bin der Philipp, ich bin Verkäufer im Fliegl AgroCenter in Kastl und ich stelle euch heute die Kettenscheibenegge vor. Die Kettenscheibenegge von Fliegl ist die Zukunft der Bodenbearbeitung. Die Fliegl Neuheit ist vielseitig einsetzbar. Sie kann für die Bearbeitung von Erntrückständen, Unkrautbekämpfung, die Vorbereitung des Saatbeets und die Bekämpfung des Maiszinslers verwendet werden. Sie fördert die Rotte durch Zerkleinerung und Vermischung des organischen Materials. Das ist die Rotte durch Zerkleinerung und Vermischung des Saatbeets. Das ist die Rotte durch Zerkleinerung und Vermischung des Saatbeets. Das ist die Rotte durch Zerkleinerung und Vermischung des Saatbeets. Untertitelung des ZDF, 2020